Da ist das. Amen. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Erschaffer von Himmel und Erden und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der empfangen ist vom Heiligen Geist, geboren durch die Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich der Hölle, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, der in uns den Glauben vermehre. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünden, bitte für die armen Seelen und opfere für sie, der Allerheiligsten Dreifaltigkeit, das kostbare Blut Jesu auf, jetzt und bis zu ihrer Erlösung. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, der in uns die Hoffnung stärke. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, bitte für die armen Seelen und opfere für sie, der Allerheiligsten Dreifaltigkeit, das kostbare Blut Jesu auf, jetzt und bis zu ihrer Erlösung. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, der in uns die göttliche Liebe entzündet. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für die armen Seelen und bitte für uns Sünder und opfere für sie, der Allerheiligsten Dreifaltigkeit, das kostbare Blut Jesu auf, jetzt und in und bis zu ihrer Erlösung. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und allerzeit und in Ewigkeit. Amen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel und komm uns vom Irrtum zu befreien. Amen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Durch deine bittere Todesnot tröste die armen Seelen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sündern, überflute die ganze Menschheit, das Fegefeuer, die Sterbenden. Jetzt und in der Stunde mit dem Gnaden wirken deine Liebesflamme. Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Durch deine bittere Todesnot tröste die armen Seelen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sündern und überflute die ganze Menschheit, die Sterbenden, das Fegefeuer, mit dem Gnaden wirken deine Liebesflamme. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Durch deine bittere Todesnot tröste die armen Seelen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit, das Fegefeuer, die Sterbenden, mit dem Gnaden wirken deine Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Durch deine bittere Todesnot tröste die armen Seelen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit, die Sterbenden, das Fegefeuer, mit dem Gnaden wirken deine Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Durch deine bittere Todesnot tröste die armen Seelen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit, mit dem Gnaden wirken deine Liebesflamme jetzt. Die Sterbenden und das Fegefeuer und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Durch deine bittere Todesnot tröste die armen Seelen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit, die Sterbenden, das Fegefeuer, mit dem Gnaden wirken deine Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Durch deine bittere Todesnot tröste die armen Seelen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit, die Sterbenden, das Fegefeuer, mit dem Gnaden wirken deine Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Durch dein, oh Jesus, durch deine bittere Todesnot tröste die armen Seelen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit, die Sterbenden, das Fegefeuer, mit dem Gnaden wirken deine Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern. und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Durch deine bittere Todesnot tröste die armen Seelen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit, die Sterbenden, das Fegefeuer, mit dem Gnaden wirken deine Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Oh Jesus, durch deine bittere Todesnot tröste die armen Seelen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit, die Sterbenden, das Fegefeuer, mit dem Gnaden wirken deine Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und aller Zeit und in Ewigkeit. Amen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel und komm uns vom Irrtum zu befreien. Amen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. O Jesus, durch deine schmerzliche Geißelung, lindere die Leiden der armen Seele. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken, deine Liebesflamme, die Sterbenden und das Fegefeuer, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. O Jesus, durch deine schmerzliche Geißelung, lindere die Leiden der armen Seele. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit, die Sterbenden, das Fegefeuer, mit dem Gnadenwirken, deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Jesus, O Jesus, durch deine schmerzliche Geißelung, lindere die Leiden der armen Seelen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit, die Sterbenden, das Fegefeuer, mit dem Gnadenwirken, deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. O Jesus, durch deine schmerzliche Geißelung, lindere die Leiden der armen Seelen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit, die Sterbenden, das Fegefeuer, mit dem Gnadenwirken, deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. O Jesus, durch deine schmerzliche Geißelung, lindere die Leiden der armen Seelen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit, die Sterbenden, das Fegefeuer, mit dem Gnadenwirken, deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Jesus, O Jesus, durch deine schmerzliche Geißelung, lindere die Leiden der armen Seelen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit, die Sterbenden, das Fegefeuer, mit dem Gnadenwirken, deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Jesus, O Jesus, durch deine schmerzliche Geißelung, lindere die Leiden der armen Seelen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit, die Sterbenden, das Fegefeuer, mit dem Gnadenwirken, deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. O Jesus, durch deine schmerzliche Geißelung, lindere die Leiden der armen Seelen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit, die Sterbenden, das Fegefeuer, mit dem Gnadenwirken, deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. O Jesus, durch deine schmerzliche Geißelung, lindere die Leiden der armen Seelen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit, die Sterbenden, das Fegefeuer, mit dem Gnadenwirken, deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. O Jesus, durch deine schmerzliche Geißelung, lindere die Leiden der armen Seelen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit, das Fegefeuer, die Sterbenden, mit dem Gnadenwirken, deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel und komm uns vom Irrtum zu befreien. Amen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Durch deine schmachvolle Donnernkrönung stille die Sehnsucht der armen Seelen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte führe uns Sünde und überflute die ganze Menschheit, die sterben dann das Fegefeuer mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Durch deine schmachvolle Donnernkrönung stille die Sehnsucht der armen Seelen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte führe uns Sünde und überflute die ganze Menschheit, die Sterben dann das Fegefeuer mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. O Jesus, durch deine schmachvolle Donnernkrönung stille die Sehnsucht der armen Seelen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte führe uns Sünde und überflute die ganze Menschheit, die Sterben dann das Fegefeuer mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. O Jesus, durch deine schmachvolle Donnernkrönung stille die Sehnsucht der armen Seelen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte führe uns Sünde und überflute die ganze Menschheit, die Sterben dann das Fegefeuer mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Durch deine schmachvolle Donnernkrönung stille die Sehnsucht der armen Seelen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte führe uns Sünde und überflute die ganze Menschheit, die Sterben dann das Fegefeuer mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. O Jesus, durch deine schmachvolle Donnernkrönung stille die Sehnsucht der armen Seelen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte führe uns Sünde und überflute die ganze Menschheit, die Sterben dann und das Fegefeuer mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. O Jesus, durch deine schmachvolle Donnernkrönung stille die Sehnsucht der armen Seelen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte führe uns Sünde und überflute die ganze Menschheit, die Sterben dann und das Fegefeuer mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. O Jesus, durch deine schmachvolle Donnernkrönung stille die Sehnsucht der armen Seelen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte führe uns Sünde und überflute die ganze Menschheit, die Sterben dann und das Fegefeuer mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. O Jesus, durch deine schmachvolle Donnernkrönung stille die Sehnsucht der armen Seelen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte führe uns Sünde und überflute die ganze Menschheit, die Sterben dann und das Fegefeuer mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. O Jesus, durch deine schmachvolle Donnernkrönung stille die Sehnsucht der armen Seelen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte führe uns Sünde und überflute die ganze Menschheit, die Sterben dann und das Fegefeuer mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt. und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel und komm uns vom Irrtum zu befreien. Amen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. O Jesus, durch deinen bitteren Kreuzweg führe die armen Seelen ins ewige Licht. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte führe uns Sünder und überflute die ganze Menschheit, die Sterbenden und das Wegefeuer mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Amen. Durch deinen bitteren Kreuzweg führe die armen Seelen in das ewige Licht. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte führe uns Sünder und überflute die ganze Menschheit, die Sterbenden und das Wegefeuer mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Durch deinen bitteren Kreuzweg führe die armen Seelen in das ewige Licht. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte führe uns Sünder und überflute die ganze Menschheit, die Sterbenden und das Wegefeuer mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Durch deinen bitteren Kreuzweg führe die armen Seelen ins ewige Licht. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte führe uns Sünder und überflute die ganze Menschheit, die Sterbenden und das Wegefeuer mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Durch deinen bitteren Kreuzweg führe die armen Seelen ins ewige Licht. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte führe uns Sünder und überflute die ganze Menschheit, die Sterbenden und das Wegefeuer mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. O Jesus, durch deinen bitteren Kreuzweg führe die armen Seelen ins ewige Licht. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte führe uns Sünder und überflute die ganze Menschheit, die Sterbenden und das Wegefeuer mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Jesus, durch deinen bitteren Kreuzweg führe die armen Seelen ins ewige Licht. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte führe uns Sünder und überflute die ganze Menschheit, die Sterbenden und das Wegefeuer mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Durch deinen bitteren Kreuzweg führe die armen Seelen ins ewige Licht. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte führe uns Sünder und überflute die ganze Menschheit, die Sterbenden und das Wegefeuer mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Durch deinen bitteren Kreuzweg führe die armen Seelen ins ewige Licht. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte führe uns Sünder und überflute die ganze Menschheit, die Sterbenden und das Wegefeuer mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Durch deinen bitteren Kreuzweg führe die armen Seelen in das ewige Licht. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte führe uns Sünder und überflute die ganze Menschheit, das Wegefeuer, die Sterbenden, mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auf jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel und komm uns vom Irrtum zu befreien. Amen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erde. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Durch deinen furchtbaren Kreuzestod öffne den armen Seelen den Himmel. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte führe uns Sünder und überflute die ganze Menschheit, die Stadenden und das Fegefeuer mit dem Gnadenwirken, der in der Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. O Jesus, durch deinen furchtbaren Kreuzestod öffne den armen Seelen den Himmel. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte führe uns Sünder und überflute die ganze Menschheit, die Sterbenden und das Fegefeuer mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Durch deinen furchtbaren Kreuzestod öffne den armen Seelen den Himmel. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte führe uns Sünder und überflute die ganze Menschheit, die Sterbenden und das Fegefeuer mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. O Jesus, durch deinen furchtbaren Kreuzestod öffne den armen Seelen den Himmel. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte führe uns Sünder und überflute die ganze Menschheit, die Sterbenden und das Fegefeuer mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. O Jesus, durch deinen furchtbaren Kreuzestod öffne den armen Seelen den Himmel. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte führe uns Sünder und überflute die ganze Menschheit, die Sterbenden und das Fegefeuer mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. O Jesus, durch deinen furchtbaren Kreuzestod öffne den armen Seelen den Himmel. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte führe uns Sünder und überflute die ganze Menschheit, die Sterbenden und das Fegefeuer mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. O Jesus, durch deinen furchtbaren Kreuzestod öffne den armen Seelen den Himmel. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte führe uns Sünder und überflute die ganze Menschheit, die Sterbenden und das Fegefeuer mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. O Jesus, durch deinen furchtbaren Kreuzestod öffne den armen Seelen den Himmel. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte führe uns Sünder und überflute die ganze Menschheit, die Sterbenden und das Fegefeuer mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. O Jesus, durch deinen furchtbaren Kreuzestod öffne den armen Seelen den Himmel. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte führe uns Sünder, und überflute die ganze Menschheit, die Sterbenden und das Fegefeuer mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. O Jesus, durch deinen furchtbaren Kreuzestod öffne den armen Seelen den Himmel. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte führe uns Sünder, und überflute die ganze Menschheit, die Sterbenden und das Fegefeuer mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war am Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel und komm uns vom Irrtum zu befreien. Amen. O Jesus, dein heiliges, kostbares Blut, komme uns und den Armseelen zugut. Amen. Amen. Amen.